Die Umstellung auf S4HANA ist in der Tat eine Jahrhundertchance für jede Steuerabteilung. Fakt ist, fast alle größeren Unternehmen, die SAP nutzen, werden bis 2025 entweder auf S4HANA umgestellt haben oder werden umstellungsbereit sein. Durch diese Umstellung kommt viel Arbeit auch auf die Steuerabteilung zu. Es besteht also ohnehin Handlungsbedarf. Diesen kann die Steuerabteilung aber dafür einsetzen, jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit für die nächsten 20 Jahre ihre eigene Infrastruktur aufzubauen und wichtige Schritte zur digitalen Steuerabteilung zu gehen. Das wird den Stellenwert der Steuerabteilung innerhalb des Unternehmens nachhaltig erhöhen und auch die tägliche Arbeit der betroffenen Mitarbeiter einfacher machen. Weiterhin gibt es spannende neue Aufgaben, speziell für die Steuerabteilung in S4HANA, die Sie entlasten und das Kontrollumfeld für Steuern im Unternehmen verbessern können. Ich bin Andreas Kowalik von Deloitte aus dem Bereich Tax Management & Consulting. Ich unterstütze Sie gerne bei Ihrem S4HANA-Projekt.